Die besten Waffen und Rüstungen Uh, jetzt hat sie wieder Geld, wie schön Okay, Schwerter und so Sachen Hab ich jetzt ja keine mehr Gut, den Rüst hab ich eh verkauft Interessiert ja niemanden mehr Rindfleisch Oh Das Weg Ich bin hier sonst noch, das ist kein Weg Hab ich das überhaupt schon mal gelesen Dunkelste Dunkelheit, hab ich schon mal gelesen Ein Weißlauf, okay Äh, ne, ne, oh Hab ich schon mal gelesen Äh, nein, hab ich schon mal gelesen War nur vererben, ja Ja, von mir aus Gut Vergesst nicht auch drinnen Zu schauen, vergesst noch 218 Was wiegt denn an mir jetzt so extrem So extrem viel 218 Was wiegt an mir so viel Die Panzerhandschuhe gehen überhaupt nicht so ins Gewicht Die Tränke, die sich wieder gestapelt haben, sind eigentlich jetzt nicht so viele Die Rollen werden es jetzt mittlerweile sein Zutaten sind es nicht Das ist auch alles easy Das wiegt auch nicht Hm Was ist denn mit den Dingern Was hab ich die denn mitgenommen, ey Die hab ich doch nie im Leben Eigenmächtig eingepackt Nie im Leben Also hab ich schon drei Steine von Bremse Totschild Weg Ups Das ist wahrscheinlich eher sonstige, was so extrem drauf geht Ah, hier ist meine Diebesgildenausrüstung Hier sind die Drachen Drachenknochen Ups Shit Drachenschuppen Sonst gibt's nix mehr, was ein Drache überhaupt noch machen können Sehr Genau Okay Drachenknochen Oh, er So Und Ja, die sind so schwer, ey Das gibt's nicht Oh Ah, dann Die vielleicht auch noch So, okay Ein Gewicht von 15, ey Dreckstrach Zum Blick ist mein Haus direkt an der Schmiede Das müsste ich wahrscheinlich immer extremst lange laufen Krass, der Schiss Ist jetzt nicht wahr Wie kann man denn bitte eine Rüstung mit Gewicht 40 machen Dann brauche ich wirklich nochmal das Talent Sonst ist echt Ich hab von Malz verloren Ähm Ja Lederstreifen Ich hab mir einfach meine ganzen Verdammt Okay Gut Ich nehm jetzt einfach meine ganzen Drachendinger Ohne Rücksicht auf Gewicht jetzt Machen wir meine Rüstung Ähm Hab ich eigentlich Wurscht oder Oh Und schon hab ich meine Frage selbst beantwortet Ja So ein Drache wiegt viel Mann Das weiß doch jeder Ach Komm jetzt Bewegung Papa braucht ein neues Paar Schuhe Gut Gut Alter 53 Krasser Shit Die sind einfacher herzustellen Das ist ja immer geil Ähm ja Drachenrüstung ist Plattenrüstung Plattenrüstung Hergestellt Oder? Ich weiß gar nicht ob ich die hergestellt hab Die wie Drachen Plattenrüstung Geiler Shit Also wie gesagt Drachenplattenrüstung Hergestellt Drachenplattenhelm Hergestellt Stiefel hergestellt Stiefel hergestellt Handschuhe hergestellt Jetzt machen wir das Ganze nur noch besser Oh Mann Oh Mann Das ist so geil Herstellen Ja Und herstellen Das ist so viel Rüstung Wie ich jetzt spannend Mäßig hab So Wer hat hier eine Rüstung Alter Ich hoffe nicht dass ihr Ärger sucht Was kann ich für euch tun Jetzt könnte ich erst mal diese ganze Drachenrüstung hier reinlegen Wie nett dass jemand klaut Der da sowas von tot ist Was ist der da Drei Drachenplattenrüstung Stiefel Vier So In einer freien Minute wird es der Mann noch verzaubert So Alles Giges Ups Wieso wiege ich denn immer noch so viel Wo kommt ihr das Gewicht Ja Mann Ist das echt der Rest da Den ich mit mir rumschlepp Ist das echt so viel Na okay Tun wir mal den Rest auch mit hier rein Wenn wir schon mal dabei sind Fuck Dietrich Gold Granatstein Nein Nein Ein Hahn Ach das ist ein Hahn Ein Wasserhahn Gut Ne 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 Diamanten werden behalten Okay Stern Mondsteinerz Ablegen Das ist der Questbarren Papierrolle Die kann weg Rubin und Saphir Die können noch bleiben Stahlbarn Kommt weg Viertel der Maleritz Kommt beide weg Viertel der Mondstein Elf Kein Wunder Kommen alle weg Kommen alle weg So Okay Wo ist jetzt der Hahn gewesen Und schon habe ich weniger Invinster Und ich wiege trotzdem genauso viel Ich habe doch Ah klar Ich habe die Waffe dabei Natürlichste Waffe aller Zeiten Gut Ähm Bevor es jetzt weiter geht Ähm Gen Was denn da Weichern wir Bis dann Barnett Ciao